Herzlich Willkommen zu AnteTV Folge 23. Wir hatten ja länger nichts mehr, das lag daran, weil mein Rechner kaputt war und damit sind auch einige Szenen aus Wien verschwunden, denn ihr wisst ja, ich war in Wien für ein paar Tage im November. Nicht alles ist verschwunden, einiges kann ich euch zeigen. Zum Beispiel, wie Albert Klavier spielt, wie die Bücher kommen und wie ich im Schloss Schönenbrunnen war. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Das Schwierigste sind nur die ersten zwei Darsten zu finden, dass ich weiß, wo ich anfange. Und ich schaff's nie. Aber ich habe ein Buch, da kann ich mir abschauen. Ein junger Pianist, na bitte. Ja, ja, junger Pianist. Jetzt muss ich mir wieder anschauen, wo das H ist. Das kommt davon immer so lange nicht spielen, aber das ist schon da. Das klingt ja ein bisschen wie das H, das ich brauche. Ja, das klingt ja schon hier nach meinem H. Merkt man, dass ich schon seit Monaten nie mehr gespielt habe. Das klingt wie die Feierlärmung, oder? Ja, irgendwie ist das noch nicht die richtige Taste. Ja, komm. Das klingt wie die Feierlärmung, oder? Das klingt wie die Feierlärmung, oder? Schnitt, Schnitt! Schnitt, Schnitt. dann ist plötzlich so die Dostas Die Bücher kommen. Alberts neue Bücher. Der Auto und seine neuen Bücher. Juhu! Das hat die Beine schmutzig. Dein Baby! Dein Baby! Hallo, kann man es lesen? Sieht doch ganz sauber aus. Sieht ganz sauber aus eigentlich. Der Druck ist nicht schlecht. Der Druck ist okay, man kann es gut lesen. Seite 450 wird spannend. Jawohl, die Grafik ist auch gut. Seite 451 gibt es die einzige Grafik. Da waren die Eckenfranzen nicht. Schau mal, das gab es wirklich. Das ist hundertmal besser als das alte. Ja? Ja, das ist gute Qualität. Ja, ab sofort super Qualität. So, wir befinden uns jetzt im Schlosspark Schönbrunnen. Da vorne ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Jetzt machen wir mal rundum Schwenk. Da kommt jetzt das Schloss ins Bild. Da gehen wir auch gleich mal rein, mal gucken. Wenn es nicht zu teuer ist, heißt das. So, und da ist wieder der Eingang. So, also reingehen tue ich da nicht. Das ist mir doch zu teuer. Dafür gehen wir jetzt mal in den Garten. Gucken uns das mal an. Hier, so mit den Nebengebäuden und so. Ja, hier sind wir jetzt auf der Rückseite vom Schloss. An dem sich dann ein riesen Park und Garten anschließt. Und den erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Interessant, wie die hier die Bäume schneiden. Wie mit Lineal gezogen. Und jetzt gehen wir mal auf das Ding da hinten zu. Interessant bei diesen Bäumen ist auch, die sind nicht nur mit Lineal geschnitten. Die Ausrichtung der Äste erfolgt ausschließlich, oder fast ausschließlich zum Weg hin. Sodass, wenn man mal von vorne guckt, eine Fläche entsteht. Und das auf allen Wegen, die hier auf diesen Platz zukommen. Zum Beispiel da drüben. Das sieht irgendwie aus wie ein Brunnen hier. Schade, dass er nicht in Betrieb ist. Man müsste vielleicht im Sommer mal kommen. Hier mal einen Überblick über die gesamte Anlage. Wir sind von da nach da. Da übersehen stehen wir jetzt. Können also noch hier hinten, was weiß ich, wo tausende von Kilometern lang gehen. Mal sehen, ob wir das heute auch schaffen. Mal gucken. Das sieht vielversprechend aus. Aber wie ich sehe, ist das da hinten der Zoo. So werden wir jetzt nicht reinkommen. Aber ich denke mal, wir gehen dann hier mal hin. Und hier ins Labyrinth. Das bestimmt auch ganz interessant. So, wir finden uns jetzt hier oben an der Gloriette oder Glorite, oder wie auch immer man das ausspricht. Vielleicht auch einfach nur Klo. Nein, Quatsch, war nur Blödsinn. Ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat, aber ich weiß nur, wenn man sich jetzt umdreht um 180 Grad, hat man einen atemberaubenden Blick auf Wien und auf das Schloss da unten. Ich bin ein bisschen außer Atem. Das ging ein bisschen bergauf eben. Ich als Flachland Tiroler bin das nicht so gewöhnt. Oh, egal. Ja, hier oben ist ein Café drin. Da gehen wir nicht rein. Ist ein bisschen gehobener. Da pass ich auch wahrscheinlich nicht rein. Egal. Da sind wir hochgekommen, den Weg. Dann jetzt nochmal diesen Blick auf Wien und das Schloss Schönbrunn da unten. Ist doch einfach gut, oder? Ja. Hinter dieser Gloriette ist auch nochmal ein See. Wie früh der ist, weiß ich nicht. Und jetzt gehen wir nochmal gucken, durch diesen prächtigen Säulengang. Und jetzt gehen wir mal an. Und jetzt gehen wir mal an. Und jetzt gehen wir mal an. Wir sind auf der anderen Seite gut. Wenn hier ist, hatchchen wir mal an. Dann gehen wir mal an. So, das ist jetzt der Neptunbrunnen, den kann man von da oben, wo wir eben waren, nicht aussehen, weil der befindet sich genau hinter so einem Absatz im Berg. Das heißt, wenn wir uns mal umdrehen nach oben gucken, gucken wir dagegen. Hier wird es da oben, da hinten hinter, aber eben. Wir gehen jetzt mal vor den Neptunbrunnen, dass ihr den mal von vorne seht, ist auch leider nicht im Betrieb, wie gesagt, da muss man im Sommer kommen. Aber trotzdem, die hätten sich wenigstens noch was anziehen können. Die hätten sich wenigstens noch was anziehen können. So, jetzt könnt ihr den Brunnen mal von vorne sehen. Recht imposant, wie ich finde. Jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir hoffentlich das Labyrinth finden. Ich hoffe, wir finden uns Platz weg. Soviel zum Thema Irrgarten und Labyrinth. Die haben zu. So ein Scheiß. Ja, schau, dass der Irrgarten zu hat. Ich zeige euch jetzt aber noch mal die Gesamtanlage hier. Das hier vorne ist so ein bisschen wie die Barockgärten in Hannover. Leider blüht hier nichts. Wir sind definitiv, wollte ich sagen, zur falschen Jahreszeit hier. Da ist der Neptunbrunnen da hinten. Und der ganz oben, da waren wir eben. Und wie gesagt, den Brunnen kann man von da ganz oben aus nicht sehen. Ich bin eigentlich überrascht, wie groß das hier eigentlich ist. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war das, was ich von Wien retten konnte. Es waren einige mehr Szenen, die ich hatte. Aber die sind leider frisch gegangen, als der PC sich verabschiedet hat. Dafür habe ich jetzt noch was, was nicht alle Tage vorkommt. Der Maschsee war zugefroren. Da bin ich natürlich auch gewesen. Mit Fahrt mal drauf gewesen. Ja, das nicht alle Tage vorkommt, würde ich sagen, schauen wir es jetzt mal an. Ja, heute machen wir mal eine Fahrt über das Eis in Richtung Rathaus. Hat man auch nicht alle Tage. Damit ihr seht, dass ich auch wirklich fahre. Damit ihr seht, dass ich auch wirklich fahre. Hoffentlich hält das Eis mich. Ich wiege heute 99 Kilo. Ich habe mich fast verjagt, als ich mich auf die Waage gestellt habe. Ja. 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 So, jetzt fahren wir mal zum Maschsee. Der ist da oben, da hinten hinter der Kreuzung. Gucken wir, was da so los ist. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Ich bin viel wichtiger, du hast dich hockt. Hope du bist, bin ich. Es ist spannend. Es ist toll. Ah, es ist egal. Es ist egal. Hätte ich meinen Schlitten auch mal mitgebracht, hätt ich jetzt auch rudeln können. Aber da sitzt Pippe ja drauf im Treppenhaus. Ja und nun sind wir am Maschsee, hier kann man auf fünf Kilometer Länge bis fast bis nach Dörren laufen, das ist da hinten irgendwo. So, nun fahren wir noch einmal über den Maschsee, kommt auch nicht alle Tage vor. Ich stell fest, hier sind ganz schöne Rüsse im Eis drin, mein lieber Mann. Los, 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 los. Ja, wollen wir mal gucken wie lange das hier noch geht, halt so oft geht das ja nicht vor, dass das hier so lange zugefroren ist, ob das überhaupt mal zugefroren ist, vielleicht lohnt es sich doch noch, dass ich ein Paschitzschuh kaufe, dass ich auch nochmal rauf kann, nicht nur mit Fahrrad. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwo runter komme wieder, denn hier am Nordufer, ich schränke mal ein bisschen schneller jetzt, hier am Nordufer geht das schlecht, da ist nämlich ein Geländer, muss mal gucken, dass hier drüben bei dem Hotel immer hoch runterkommen. Ja, das war es auch schon wieder, ich hoffe es hat euch gefallen, naja, nicht viel von Wien, auch nicht viel vom Maschsee, so Gott will und so Gott die PCs wollen, gibt es die nächste Ausgabe schon bald, da habe ich auch schon was vorbereitet, nämlich wie ich, am Lesen bin, für die Hörprobe von Albert, wie gesagt, so Gott will und so Gott die PCs wollen, ist das dann für die nächste Folge, für die nächste Ausgabe vorgesehen, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht es gut, viel Spaß, tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020